Auch 2014 präsentierte sich die Möbelmanufaktur Wagner auf dem Passauer Frühling, der alle zwei Jahre stattfindenden traditionellen Dreiländermesse Bayern, Österreich und Tschechien. Der mittelständische Schreinereibetrieb aus Vornbach am Inn zeigte dabei einem interessierten Publikum einen Ausschnitt seines breiten Leistungsspektrums für Privat- wie Geschäftskunden, denen Wagner für neu zu alle Innenausbauvorhaben zur Seite steht. Wobei vor allem innovative Ideen und meisterliche Qualität als Schreinerhand die Messebesucher überraschte und überzeugte. Der Hersteller individueller und exklusiver Möbel hatte sich in seiner über 100-jährigen Firmengeschichte beweisbar zum Ziel gesetzt, die hohen Erwartungen seiner Kunden immer wieder zu übertreffen. In persönlichen Gesprächen nahm sich Firmenchef Andreas Wagner viel Zeit, die Besucher eingehend zu beraten. Verständlich daher auch sein Fazit, der Passauer Frühling hat sich gelohnt.